Das ist hier Halshoch und das Ganze am 24. Oktober 2012. Halshoch. Das wir gleich mal machen. Vielleicht hätten wir eigentlich mal rechts rein fahren müssen, aber das ist noch eine Baustelle. Das wird doch lieber geradeaus. Aber wir kommen hier noch mal rein, rechts rein. Das ist auch ganz wichtig. Da geht noch alle an, aber diesmal nicht. Hier kann man Kraftfahrzeuge reparieren lassen. Über Lada hat er. Lada ist ja irgendwie aus dem Rostenblock. Das ist hier aus Fick. Landmaschinen. Ich kenne ja zwei IDH. Die heißen eigentlich auch so, aber die haben sich alle oben in der Hand. Haben schnell geheiratet, damit sie bloß in anderen Namen kriegen. Das war hier Halshoch und Tschüss.